Sie kämpft für Freiheit, für Frieden, für ihre Heimat, ihre Familie. Tetjana Chornovol. Ihre Einheit ist nördlich der Hauptstadt Kiew stationiert. Ihre Aufgabe? Russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge angreifen und zerstören. Sie stoppt die russische Armee, bevor sie die Hauptstadt erreicht. Ihr Arbeitsplatz? Ein Schützengraben. Ihr Arbeitsgerät? Ein kleiner, handlicher Monitor. Ich schalte ihn ein und sehe Panzer auf dem Bildschirm. Sie kamen gerade in die Reichweite meiner Rakete. Ich habe gezielt und den ersten Panzer zerstört. Interessanterweise flog die Rakete noch eine ganze Weile. Vielleicht haben die Panzer den Start der Rakete registriert und es geschafft, umzukehren. Aber ich habe direkt auf die Treibstofftanks geschossen und die Munition ist explodiert. Der Panzer ist buchstäblich von der Straße geflogen und liegt jetzt irgendwo im Straßengraben im Wald. Danach gerieten wir unter Beschuss. Aber nicht lange, denn während dieser Zeit kehrten die russischen Militärfahrzeuge um und flüchteten. Ein einziger zerstörter Panzer reichte also aus, um den Angriff zu stoppen, damit die Kolonne umkehren und fliehen konnte. Tedjana ist eine verwitwete Mutter von zwei Kindern. Ihr Mann Mykola starb 2014 als freiwilliger Kämpfer bei den Gefechten in der Ostukraine. Sie ist eine der Anführerinnen der Euromaidan-Proteste. Eine ukrainische Journalistin. Mit Beginn Putins Angriffskriegs auf die Ukraine meldet sich Tedjana bei der ukrainischen Armee. Lernt, Panzerabwehr-Lenkraketen zu steuern. Putins Armee bombardiert weiterhin die ukrainische Hauptstadt Kiew. Wohnhäuser und auch ein Einkaufszentrum werden zerstört. Doch die ukrainische Armee bleibt siegessicher. Jetzt ist die Armee gut vorbereitet, gut ausgerüstet. So, dass sie keinen Erfolg haben werden. Es ist besser, sie kommen nicht hierher. Sie werden hier begraben, sie werden zu Dünger. Besser, sie gehen nach Hause und hören nicht auf ihre böse Regierung. Tedjana, Hornavol und ihre Einheit kämpfen weiter. Für Freiheit, Frieden, ihre Heimat, ihre Familien. Freuen uns ein bisschen.